Das Erstellen und Durchführen eines Blockchain- bzw. Kryptowährungsprojektes umfasst unzählige Aspekte, die alle gleichermaßen wichtig zu berücksichtigen sind. Es ist von enormer Wichtigkeit, den rechtlich gesehen richtigen Weg zu gehen. Bei solch großen Geldsummen sollte einem kein Fehler unterlaufen, weswegen Sie unbedingt eine erfahrene ICO-Rechtsanwaltskanzlei beauftragen sollten. Mit Hilfe von Rechtsanwaltskanzleien laufen Ihre Projekte problemlos ab. Ihr Unternehmen befindet sich im gesetzlichen Rahmen. Das sind die bekanntesten Rechtsanwaltskanzleien. Der erste Anbieter heißt CLLB und der Fokus bei Ihnen liegt bei der ICO-Beratung, bei der Beratung von Startups und bei der Beratung von Existenzgründungen. Der nächste Anbieter heißt Winheller und der Fokus hierbei liegt beim Bank- und Finanzrecht, beim Aufsichtsrecht und bei ICO- und Kryptowährungen. Der nächste Anbieter heißt Dr. Späth und hierbei liegt der Fokus auch bei ICOs, bei Kryptowährungen und bei Startups. Dominic Law kommt aus der Schweiz und der Fokus liegt hierbei beim Wirtschaftsrecht, beim IT-Recht und bei ICO und Startup-Beratungen. Der nächste Anbieter heißt Görg und kommt aus Deutschland wieder und hierbei liegt der Fokus bei den nationalen und internationalen Klienten, beim Finanzrecht und beim Wirtschaftsrecht. Der nächste Anbieter heißt MME. Dieser kommt auch aus der Schweiz und hat den Fokus bei Wirtschaftsrecht, Steuer und ICO und Startup-Beratung. Fieldfisher ist europaweit vertreten und der Fokus liegt hierbei bei der Technologie, im Finanzsektor und beim Social- und Mediarecht. Der nächste Anbieter Njord Law ist ebenso europaweit vertreten und der Fokus liegt hierbei bei den ICO und Startups, beim Blockchain und beim Finanzrecht. Morrison Förster ist global vertreten und der Fokus liegt hierbei bei den Schlüsseltechnologien, bei den Startups und den ICOs und in der Finanz- und Wirtschaft. Der letzte Anbieter heißt IBC Group und ist global in 30 Ländern weltweit vertreten. Der Fokus bei IBC Group liegt bei den modernen Technologien, bei den ICOs und Startups und im Finanzsektor. Wir haben uns sehr bewusst für die eben genannten Rechtsanwaltskanzleien entschieden, einerseits weil sie im Markt besonders beliebt sind, aber hauptsächlich weil sie sich bei den folgenden Punkten als besonders hilfreich erwiesen haben. Diese Rechtsanwaltskanzleien können Ihnen also helfen beim Starten eines ICOs mit den Voraussetzungen für Know Your Customer, aber auch beim Bewerben um Lizenzen für die Hauptkryptowährungsbörse, beim Nachprüfen von Geschäftsverträgen, beim Durchblick der Kryptowährungen, beim Durchblick der Anti-Geldwäscheregeln, bei den Gewinn- und Mehrwertsteuerkenntnissen, beim Thema geistiges Eigentum, bei Sicherheitsgesetzen, Policen und vielem mehr. Und nun ein paar Worte zu den jeweiligen Rechtsanwaltskanzleien. Wir fangen an mit CLLB. Die Zielgruppe von CLLB sind Existenzgründer, Startupgründer und ICO-Gründer. Die Besonderheit, also das womit sich CLLB auszeichnet, ist, dass es eine Fachkanzlei für Finanzangelegenheiten ist und Aktienrecht und dergleichen behandelt. CLLB hat Vertreter in Berlin und München und gehört zu den führenden Kanzleien im Finanzsektor in Deutschland. Das Team besteht aus Spezialisten für ICOs, Kryptowährungen und für Startups. Die Kanzlei vertritt sowohl private als auch institutionelle Anleger. Sie bieten Beratungen in verschiedenen Sprachen an und auch Beratungen in Gebärdensprachen. Die Zielgruppe von Winheller sind sowohl private als auch institutionelle Anleger. Die Besonderheit bei Winheller besteht darin, dass es eine Spezialisierung aufs Finanzrecht gibt, wobei der Sektor der digitalen Währung eine sehr große Rolle spielt. Die ICO-Rechtsanwaltskanzlei bietet internationale Beratung für Rechts- und Steuerfragen und gehört zu den erfolgreichsten Kanzleien in Deutschland und ist weltweit vernetzt und verfügt somit über viele Kooperationspartner. Die Kanzlei hat Firmensitze in Hamburg, München, Frankfurt, Karlsruhe und Berlin. Der nächste Anbieter hört auf den Namen Dr. Spät und Partner. Die Zielgruppe von Dr. Spät und Partner sind Unternehmer und Anleger aus dem Bereich ICO, Kryptowährung, Startup und aus sonstigen Finanzsektoren. Die Besonderheit besteht darin, dass der Aufgabenbereich von Dr. Spät und Partner bei Bank- und Kapitalrecht und Immobilienrecht und Insolvenzrecht besteht. Die Kanzlei vertritt bundesweit Institutionen und spezialisiert sich auf den digitalen Markt der Kryptowährungen. Auch Beratungen für Startups gehören zu ihrem Angebot. Sie vertreten Mandanten bei Aktienfonds, bei Zertifikaten, bei Immobilienfonds, bei Schrottimmobilien und ähnlichem. Die Zielgruppe bei Domeniclor sind Klienten mit Problemen in den Bereichen IT, Wirtschaft, Kryptowährung und Blockchain. Die Besonderheit bei Domeniclor besteht darin, dass die Anwaltskanzlei als Team und interdisziplinär handelt. Die Kanzlei bietet Rechtsberatung im Wirtschafts- und im Finanzsektor an. Die Kanzlei ist außerdem für Unternehmer jeder Größe zugänglich. Der Sitz der Kanzlei ist in Bern in der Schweiz. Die nächste Kanzlei heißt Görg. Die Zielgruppe von Görg sind alle Klienten im Finanz- und im Wirtschaftssektor. Die Besonderheit bei Görg besteht darin, dass es eine der größten Kanzleien im ganzen Land ist und mehrere Standorte hat. Sie gehört zu den größten unabhängigen Kanzleien mit über 270 verschiedenen Anwälten aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Die Kernkompetenz ist der Umgang mit Finanzen und auch mit Wirtschaftsangelegenheiten. Firmensitze hat Görg in München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main und Berlin. Die Zielgruppe von MME sind Mandanten für Wirtschafts-, Finanz- und Steuerrechte. Die Besonderheit bei MME besteht darin, dass sie ein weitreichendes Beratungsfeld für Mandanten haben. Die Rechtsanwaltskanzlei mit dem Sitz in der Schweiz war vor allem für viele Erfolge für Tesos, einem großen ICO-Fonds, zuständig. Die Kanzlei steht für ein einheitliches, innovatives Recht, für Steuerrecht und für Unternehmensverpflichtungen. Der Fokus liegt vor allem bei verschiedenen Bereichen des Finanzrechts. Der nächste Anbieter ist Fieldfisher. Die Zielgruppe von Fieldfisher sind Klienten aus den Bereichen Finanzen, neue Technologie, neue Energie, Social Media und sonstigen Medien. Die Besonderheit ist, dass es viele Klienten aus ganz Europa vertritt. Die Rechtsanwaltskanzlei ist eine multinationale Anwaltskanzlei mit Hauptsitz in London und beschäftigt etwa 400 verschiedene Rechtsanwälte. Njord Law ist eine mehr internationale als nationale orientierte ICO-Rechtsanwaltskanzlei und eignet sich für Klienten aus dem Bereich des Finanzwesen und der Wirtschaftsform. Es handelt sich hierbei um eine breit aufgestellte ICO-Rechtsanwaltskanzlei mit einer nordischen Orientierung und einem weltweiten Netzwerk. Der primäre Markt dieser innovativen Kanzlei reicht über das nordische wie das baltische Gebiet und erfasst Nordeuropa und besonders Deutschland. Njord hat 200 Angestellte in 5 Büros in Tallinn, Arus, Riga, Kopenhagen und Vilnius. Morrison Förster ist für Investoren aus aller Welt im Finanzsektor und zeichnet sich dadurch aus, dass es ein weltweit operierendes Unternehmen mit 16 Niederlassungen ist. Die Kanzlei hat 16 Büros, die in den USA stehen. Viele Kunden von Morrison Förster sind große Finanzinstitutionen aus der Fortune 100. IBC Group ist deswegen speziell, weil es ein weltweites Netzwerk für Startup, Blockchain und ICOs hat. Die Zielgruppe von IBC Group sind Klienten aus aller Welt vom Finanz- und Wirtschaftssektor. Die Kanzlei spezialisiert auf Problemlösungen im Finanzsektor in Bereichen von IT, Blockchain, Startup und ICO. Es gibt verschiedene Experten in dem Team in den Fachbereichen Jura, Marketing und Wirtschaft. Das Unternehmen ist in 30 verschiedenen Ländern vertreten. Ohne rechtliche Unterstützung kann man heutzutage kein Startup oder ICO mehr vorantreiben. Es gibt mittlerweile verschiedene Gesetzgebungen für KYC und Richtlinien für Anti-Geldwäschegesetze, bei denen man sehr schnell den Durchblick verlieren kann. Um für keinen Fehler verantwortlich gemacht werden zu können, müssen sie sich unbedingt rechtlichen Beistand suchen. Viele Rechtsanwälte sind in diesem Bereich noch relativ unwissend, weswegen sie sich unbedingt an die Anwaltskanzleien wenden müssen, die ich Ihnen gerade eben ausführlich erklärt habe. Alles klar, klickt jetzt hier für ein weiteres Video von uns und denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Unsere Webseite www.crypto-vergleich.de steht euch natürlich auch jederzeit zur Verfügung. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch viel Glück bei eurem Vorhaben.